Musik Ja, ich freue mich, dass wir uns hier treffen bei dem Gespräch und dass die Roswitha uns alle hier zusammenführt. Das ist wunderbar in dieser neuen Zeit. Und in unserem Gespräch haben wir uns darüber unterhalten und können da hören, wie wir, also als Medium arbeite ich ja aus einer Meta-Ebene und schaue mir die Dinge aus einer Meta-Ebene an. Aber als Mensch aus Fleisch und Blut versuche ich pragmatisch umzusetzen, was ich da wahrnehme und aus der wunderbaren Welt der Harmonie auch mal hierher zu bringen, was eigentlich das bedeutet für jeden Einzelnen, wie wir umsetzen können im Alltag, was gerade an wirklich dramatischem Wandel stattfindet. Und ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht sogar einmal selber begegnen. Spannende Unterhaltung. Musik Spannende Unterhaltung. Spannende Unterhaltung. Spannende Unterhaltung. Vielen Dank.